Guck mal, das ist ein Purple Skin, da kann man grad mal nix sagen, oder? Willkommen zum Giveaway-Gewinner-Auslösungs-Auszahlungs-Auswertungs-Video. Ich hab hier die Gewinner stehen. Ich lese grad mal vor. Als erstes kommt der Gewinner der SSG 08 D Tour. Wir fangen praktisch von unten an. Ja, ihr merkt schon, wie der Hase läuft. Der Gewinner der SSG 08 ist Julian Arnold. Viel Spaß mit deiner Waffe. Ich sag gleich noch was dazu, wie er eben an die Waffen kommt. Eine Sekunde. Als nächstes kommt die StatTrak XM 1014 Quicksilver. Mit StatTrak, wie der Name schon sagt, ja? Der Gewinner dieser wunderbaren Waffe ist Mr. Bronx. Ah je. Erstmal fährt ein paar Leute weg, Pum. Die Gewinner der Waffen schreiben einfach hier hinter das Video, oh, anscheinend hab ich gewonnen oder halt irgendwie sowas. Der Wortlaut ist völlig wurscht. Hier ist mein Steam-Link. Dann schickt ihr mir einfach unter dieses Video euren Steam-Profil-Link. Die meisten werde ich eh schon in Steam haben und alle anderen werde ich dann noch nach-adden. Und dann schick ich euch den Gramm einfach rüber per Trade. Boom, zack. Wo ist er denn hin hier, verdammt nochmal? Ah, da ist sie ja, die Mach7 Praetorian. Praetorian, Praetorian. Ich glaub, Praet, wahrscheinlich nicht Praetorian. Ne richtig fette Wumme mit geilem Sound, ihr wisst Bescheid. Diese Waffe geht raus an Rotmeg. Oh mein Gerd, Rotmeg. Have fun with the gun. Die vorletzte Waffe ist die M249 Nebula Crusader. Ihr wisst schon, diese ultramäßige Gamer-Waffe. Wer sich selbst als Gamer bezeichnet, hat diese Waffe auf jeden Fall bei sich im Schrank hängen, stehen oder liegen. Je nachdem, wie ihr... Fragt nicht so blöd. Der Gewinner dieser Waffe ist kein anderer als der Austor. Austor. Machen wir an ein paar Leute tot, Omeh. Und jetzt kommen wir zum heiligsten. Zum fettesten Ding aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, welche Farbe die hat. Die AWP Elite-Bild, wie sieht denn die aus? Oh, der ist ja. Guck mal, das ist ein Purple Skin. Da kann man gerade mal nichts sagen, oder? Oder hast du was dagegen? Die AWP Elite-Bild. Dieses Prachtstück einer Waffe. M. Ihr wisst schon, M für Maximilian. Für Ultra... Gut. Geht an. Und ich konnte es selbst nicht glauben. Weil ich gerade erst auf kurzem mit ihm gesprochen habe. Über Waffen und hin und her. In CSGO. Der Gewinner ist... Guck mal, das sieht aber auch nicht schlecht aus, so mein Ohr. Bli. 1337. Alter Penis. Fortuna war auf deiner Seite. Du Locker. Mr. Bli haut mich ja dauernd an. Lass mich mal gewinnen, lass mich mal gewinnen, lass mich mal gewinnen. Das gewinnt ihr einfach hier. Ich weiß nicht, warum ich mir das jedes Mal aufschreibe noch, zusätzlich. Guck mal, wie schön ich es gemacht habe. Ich habe die Waffen grau geschrieben und die Namen rot. Ich bin Two-Face. Wisst ihr, einem Daumen hoch ist noch nie jemand gestorben.